Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.600 Euro pro Monat. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017